Herr Bergmann ist so eine cleane Person. Ich fahre ihn so hart. Also wirklich mein Lieblings-Youtuber war nach Unge. Muss ich hier so stehen lassen. Okay, Leute. Relaxed, relaxed. 7T. Ja! Es ist Chiny! Ja! Endlich! Oh mein Gott! Leute, das C273. Ja! Oh mein Gott. Let's go! Ja! 20 Eier! Oh mein Gott, Leute. 270 Eier. Let's go! Und jemand bleibt dabei, Leute. Let's go. Let's go, Leute. Yes, dude. Yes! Da ist C-Walli, dude. Da ist es. Oh mein Gott. Let's go! Oh, ja! Okay, Leute. Wie sollen wir das nennen? Wir haben Eier-Walli, dude. Wir haben Chiny-Ewalli. Ich werde es sofort, glaub ich, entwickeln, dude. Sofort. Yoshi! Let's go, dude. Let's go. Ginny. Okay, auf Leia. Ehre. Mach mal Ginny. Let's go. Let's go, Yoshi. Ja, was jetzt, Leute? Ginny oder Yoshi? Ginny, ja gut. Okay, entweder... Ihr könnt euch einig werden, oder wir machen jetzt RNG. Ginny von Harry Potter. Ich hab... Okay, okay, Leute. Wir machen jetzt RNG, okay? Oder nee, warte. Wir fragen die Mark Schmiesmuschel. Eine Sekunde. Mark Schmiesmuschel. Soll ich mein Evoli Ginny nennen? Ja. Okay. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Jetzt. Jetzt frage ich nochmal Yoshi, damit es auch fährst. Mark Schmiesmuschel. Soll ich mein Evoli Yoshi nennen? Ja. Okay. Wir machen Stechen. Anton? Okay. Soll ich mein Evoli Anton nennen? Ja. Auch? Was? Okay. Ähm. Okay, Leute. Wenn man's... Wenn man's so... Wenn man jetzt ein... Ein Random Number Generator, okay? Also, Leute. Ich hab hier... Ein Random Number Generator, okay? Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wer wird 1, wer wird 2 und wer wird 3? Der, der gezogen wird, wird entweder Ginny, Yoshi oder Anton bekommen. Also, einigermaßen für jeden Number. Ich hab einfach 1 oder eine Jet, also wer sein will. Und dann, was ich generiere, wird gezogen. Okay. Lea ist 3, Yoshi ist 2 und dann ist Lord Shadow 1, okay? So. Der Name wird 1. Das heißt, Lord Shadow kriegt den Namen. Okay. Ich find 1. Ginny und Anton. Ne, wir müssen schon... Nur einen Namen, bitte. Nur einen Namen. Das heißt, Anton. Ja, hu, ne? Wir haben's entschieden. Der Random Number Generator hat entschieden. Sorry, Leute, aber... Anton, it is. Unser erster Shiny wird... Anton heißen. Let's go. Das ist wirklich mein allerer Shiny. Ein Pokémon. Okay, jetzt haben wir noch eine Aufgabe. Und zwar müssen wir das Evoli aufentwickeln. Ich hoffe, ich hab nicht übersteuert bei meiner Reaktion, aber... Schuh, Junge. Du musst mehrmals aufs Klo gehen. Ist es fein? Hab ich ein bisschen mehr Lack. Ist es sogar männlich? Okay. Oh mein Gott. Warte, ich muss erst mal schauen, wie man... Äh, Filinara... Also entwickelt bekommt. So sieht Evoli nur normal aus. Und so... In der Shiny Form. Das ist aber jetzt... Ja, unwichtig, denn... Wir holen uns jetzt Filinara. So. Und zwar brauchen wir... Level Up mit erlernter Feierattacke. Und zwei Herzen zutrauen in Pokémon Army oder Poké Pause. Hä? Okay. Das heißt, wir müssen das jetzt züchten. Wir machen jetzt folgendes. Ja, Scham. Okay. Das lernen wir auf jeden Fall. Heula. So, und jetzt brauche ich... Warte kurz. Jetzt brauche ich... Zwei Herz und Zutrauung. Okay, Leute. Jetzt kommt... Vielleicht ein langweiliger Teil, aber... Unser Filinara oder Evoli. Ähm... Ein bisschen... Mit... Mit spielen. In... In Spiellaune. Okay, lass mal spielen. Let's go, ditz. Nein. Komm her. Komm her. Okay, wir werden jetzt ein bisschen... Ein bisschen so wedeln. Jetzt können wir ein bisschen Ball werfen. Zack. Hol den Ball. Los. Hol den Ball. Ehre. Ehre, ihr Baller. Ehre. Ein Hunger zu haben. Okay. Kochprofi Swaggy. Ein bisschen Bordy macht. Ein bisschen was von jedem. Ein bisschen was von allem. Man kennt. So, jetzt muss ich ein bisschen... Abhaffen, Leute. Hier ist ein bisschen... Oder ich kann... Ich kann schon nicht gerne... A-spammen. A-spammen, Leute. Wie kann so ein Pokémon... Fangen, Leute. So, jetzt... Durchassen. Durchassen, Leute. Oh mein Gott, jetzt ist das klapp. Okay? Passt. Hier ist es Schädel. Hey, wie ist das jetzt kein Passwort mehr? Jetzt? Nice. Obwohl, ich kann es ganz kurz brüten für dich. Okay, Lukela. Kann ich das machen? Und dann gebe ich es dir gleich. Wie hat man seinen Banner, YouTube? Du musst auf Kanal anpassen gehen, glaube ich. Oh. Patinaraya. Clean. Oh, wie seht ihr schon mal ein Herz? Das ist schon mal sehr gut. Ja, es ist nix, ja. Perfekt, perfekt, Leute. Sehr gut. Es hat nicht mehr lange gedauert. Easy. Oh, scheine Ebole. Äh, wie eine Leider. Nice. Es sieht halt so... Ich liebe dieses hellblau. Es passt so gut, dude. Es passt so gut. So, das stimmt natürlich. Wir werden besser lernen. Hier. Guten Schlag, Leute. Es sieht halt... Es sieht halt zu nice aus, ne? Wirklich. Mega, dude. Wir haben einfach jetzt... Ein shiny Panner. Genau das, was wir wollten, Leute. Hier ist es. Es heißt Anton. Bericht. Gebt euch, wie es aussieht. Ähm... Okay, die Frage ist jetzt noch... Äh, wie kann ich schauen... Ah, stimmt. Ich kann ja... So. Dann Plus, glaube ich, drücken. Und dann kann ich sehen, was für ein... Okay, es hat leider nur einmal sensationell, aber... Ist ja nicht schlimm. Wir wollen es ja nur, wenn wir einen Swag haben. Nice. Wir haben einfach 270 Ebolies, die ich noch alle freilassen muss. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, eineinhalb Boxen voll. Und hier haben wir noch zwischen... Durch irgendwann mal was. Hier ein paar Ebolies. Sagen wir mal, genau acht Boxen müssen wir jetzt doch... Einzelne immer... So... Freilassen. Belastend. Auf Wiedersehen. Ups